Das nächste Thema war eigentlich ursprünglich ein sexuelles Thema angelegt. Im Laufe der Zeit haben mich die Damen immer weniger interessiert. Und nach dem Indianer und nach dem Hieronymus oder nach diesen historischen Figuren wollte ich, glaube ich, Matrosen in den Griff bekommen. Bis jetzt ist mir nichts Besseres eingefallen, wie so Rückerinnungen an die Donald Duck-Ente.